So Leute, das Shopper klusiert sich in ganz genau 3 Sekunden. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Like da und ein Abo da, falls ihr neu seid, würde mich mega, mega freuen. Und, wir bekommen einen neuen Skin. Ich hab's predicted, Leute. Ein neuer Skin. Okay. Der sieht heftig aus. Oh, okay. Leute, der sieht heftig aus. Der hat zwei verschiedene Stile. Der sieht echt heftig aus. Krass. Das Ganze hier für 1500 V-Bucks. So sieht das Ganze aus. Okay. Sieht heftig aus. Dann hätten wir hier noch das Backpack dazu. Zwei Schwerter. Sieht auch heftig aus. Kann man sich nicht darüber beschweren. Dann hätten wir hier noch die passende Hacke dazu. Naja. Ist nichts Besonderes, Leute. Nichts Besonderes. Dann haben wir hier noch Sterling mal wieder am Start. Den Skin finde ich jetzt nicht so cool. Dann haben wir hier noch die passende Hacke dazu. Die finde ich schon ganz okay. Hat auch einen coolen Sound. Okay. Elektroshuffle. Ziemlich cooles Emot. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Besitze ich auch schon übelst lange. Okay. Chopper. Ein ziemlich schwitzeriger Skin, würde ich sagen. War auch schon jetzt nicht so lange im Shop da gewesen. Also nicht so oft. Ziemlich cooler Skin. Und endlich der Depp ist auch mal wieder da. Kann ich euch auch nur empfehlen, Leute. Nice. Dann haben wir hier wieder die Battle Pass Stufen. Ja. 600 V-Bucks. 10 Stufen. 500 XP. Wer den Battle Pass nicht schafft, Leute. Gönnt euch das auf jeden Fall. Weitschuss. War auch jetzt nicht so oft im Shop. Finde ich. Aber jetzt nicht so cool. Für 1200 V-Bucks. Ja. Das Geschmackssache. Und zu guter Letzt haben wir noch heiß und kalt. Ja. Diese Wrap war auf jeden Fall schon öfters im Shop, glaube ich. Sieht auf jeden Fall so aus. Ganz in Ordnung, Leute. Ganz in Ordnung. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop-Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.